So, einen wunderschönen guten Morgen. Der Vlog beginnt. Auf nach Hamburg zum Derby-Meeting. Gucken, ob die Bahn ihr Versprechen hält und pünktlich ist. Jetzt geht's los. Die Deutsche Bahn ist pünktlich. Ich bin begeistert. So, jetzt erst mal noch was Schönes schnabbeln. So, endlich die Sportwelt gekommen. Heute am Samstag, damit ich hier mich mal vorbereiten kann. Und jetzt wird sich noch ein bisschen gesperkt. Guckuck. Hallo. Auf dem Weg noch am Walk. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Ein Schnelles-Nachstätzung. Schnelles-Nachstätzung. Schön hier in Hamburg. Endlich angekommen, das Schiedwetter ist. Das sieht so schick aus. Und jetzt ab zum Hotel. So, im Hotel ist angekommen. Jetzt werden wir hier mal das Zimmer festhalten. Ich will auch einen Kaffee. Oder Cappuccino. Kaffee mit Schuss bitte. Mit schöner klassischer Musik. Das hier fällt mir dann. Pringles oder Minibars inkludiert. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, was da drin ist. Ankommensbierchen. Weinchen. Unalkoholische Getränke. Ja, das ist ganz. Eiswaffel auch. Das ist doch top. Das ist doch top Spiegel. Gucken wir uns noch das Bad an. Diese klassische Musik, die macht mich nervös. Aber auch schön. Hier ist mein Thron. Das sieht doch geil aus. Klassisch halt. Schick, schick. Na ja. Der Musical-Zelter. Und jetzt werden wir mal die Landungsbrücken abchecken. So, jetzt ab zum Fischessen. Schönes Brötchen auf der Hand. Bis gleich. Fassen wir uns das Fischbrötchen schmecken. Ich finde, du sagst das Beste. Nein. Und schmeckt's? Na dann, hau rein jetzt. Seht um den Fisch und nicht um den Belach hier. Das sind keine Hasen. Und? Schmeckt nach Fisch, ja? Na dann. Na dann zum Bräu, liebe Mutter. Prost. Und auch dann zum Morgen. Schmelz. Ja. Und Geld voll aus. Vergelz. In der Hose. In der Hose. Auf heute Abend. Nicht. Ich sag wie er schmeckt. Und ist was drinne. Ja, ich schmeck's. Hm? Ich schmeck's. Na ja, könnte ein bisschen mehr schnacken sein. So, jetzt sind wir hier schön beim Spanier. Schön lecker Tapas essen. Es wurde grad flambiert. Aber so schnell konnte ich's nicht mit der Kamera rauszücken, wie es schon wieder ausgepustet worden ist. Ja. 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 So, jetzt hier geil Fisch mit Muttern. Und haben wir uns natürlich auch schön Sankria gestellt. Jetzt haben wir den Hauptgang, wir sind eigentlich knüppeldicke voll. Jetzt ist hier nochmal ein schönes Medium dickes Freistückchen. Aber ich kann eigentlich überhaupt nicht mehr. Das ist ja das, was ich vorhin gemäht habe. Muttern. Zum Glück nur ein kleines. Aber die ist auch bombenvoll. Also hier. Jetzt schmeine Knie, es wird ja nicht besser, Christian. Lieges Shoutout an das Restaurant. Hier gibt's dann eine eigene Bar, wo man sich bedienen kann mit jedem möglichen Schnappsocken. Ich krieg's jetzt hier nicht eingefallen. Ich mache nachher nochmal ein Video von dem Restaurant. Aber hammergeil. So, jetzt haben wir hier die Nachspeise. Wir sind knüppelvoll. Ich kann nicht mehr. Ein Glück ist das nicht ganz so groß. Warte, was mutterns? Boah, jetzt hab ich's verpasst hier. Schade. Es reicht. Es reicht. Es reicht. Guten. Heute Morgen. Ich bin gerade erwacht. Beziehungsweise hab ich ja nicht mal so viel geschlafen. Weil Old Budon mehr als ich der Bäume gefällt hat. Es war sehr anstrengend. Jetzt macht sie sich gerade fertig. Und dann werden wir bei feinstem Sonnenschein die Hamburger Rennbahn übernehmen und fette Wetten platzieren. Und hoffentlich etwas gewinnen. Damit sich diese Reise irgendwo auch auszahlt und nicht nur kostet. Bis später. In Hamburg. In Hamburg. Amalvi Pfeiser gibt es auf der Aufpack hier für Danina Reze gegen Baddardler gegen Onkel Folli. Und dann war's eng. Zwischen Auß und Donnerhöhe vielleicht zu gerade vor Philippo. Dann sovereign state und letztes fährt wohl nicht in der Abzug. 2er Wetter gewonnen, sehr gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 2er Wetter gewonnen, sehr gut. Ich denke, die Quote ist auch ganz gut. Bis gleich. Das nächste Pärchen, dann kann den Takt bestimmen, eine Länge exakt vor Kendala Airplay innen, dann Shakira vor Donnerhelma, vor Auenfeuer, Bavaria, Meerlust und Viola. So langsam in Richtung entscheidender Phase geht es, Diantha hat noch keine Gegnerin hier in diesem Rennen gesehen, führt vor Kendala, dann Airplay innen, Shakira, Auenfeuer orientiert sich so ein bisschen nach außen, um natürlich auch näher dran zu bleiben. An der Seite von Donnerhelma, dann mehr Lust vor Bavaria und vor Viola mit Beginn der Zielgraden. Diantha marschiert an der Spitze vor Kendala, der lässt sich reiten. Donnerhelma hat die Lücke, Airplay innen noch nicht und außen versucht Auenfeuer auch noch in die Partie zu kommen, tut sich aber super schwer. Diantha an der Innenseite gegen Airplay, jetzt dann Donnerhelma, dann erst Auenfeuer, Diantha gestellt von Airplay an der Außenseite, Donnerhelma und dann die Buhlück ist schon groß. Diantha gegen innen, ja, gegen außen Airplay, anderer Starke, jetzt ist er da, der Hamburger Junge, der gewinnt hier mit Airplay. Für Manfred, Nüsterwein und das Gestück, Nittlingen und Weidemannix gegen Diantha, gegen Donnerhelma, gegen Auenfeuer, Bavaria, Meerlust, Kendala, Shakira und Viola. Naja, diesmal war das nix, jetzt sehen wir erstmal was schlauer. Böschchen beim 1,69, ach quatsch, was habe ich gesagt? Es spielt bei sechs. Zwei haben wir jetzt siebplatz. Solar Bay siebplatz und dann noch die Stay-Forest ist Nummer 6 oder 5? Nummer 6 auf sieb. Paarer außen, Solar Bay ganz außen wird jetzt Ken Red in die Entscheidung hier gebracht. Vorne ist Windhandbell nach vorne gezogen. Windhandbell führt vor außen Solar Bay, dann Ken Red, Repute innen hat jetzt die Lücke gefunden, aber es könnte vielleicht zu spät sein. Außen Solar Bay mit Windhandbell an der Innenseite, dann Repute, dann Ken Red, außen Swinging Six. Solar Bay gegen Windhandbell an der Innenseite, Solar Bay gegen Windhandbell, grandioses Finale, Solar Bay außen gegen Windhandbell, Solar Bay so gerade im Ziel, das ist eine klasse Stute. Und dem Rest bis hin zur Visibility, Solar Bay gewinnt Eben Weber hier am Derbytag in Hamburg-Horn. Mr. Wander für den Start, Lars Sancho fehlt noch der Favorit, 4,0 Kinder Rennen ebenfalls von Außerhalb. Und dann ist Sweetie als letzte Kandidatin. Und Moderna, ebenfalls noch. Und Viviane kommt heran mit Maxi Geschirr, Sweetie eben alles ist startklar. Boxentür noch für die vierte Tagesprüfung. Da gab es am Start mal ein paar Kollisionen, ist aber alles gut gegangen. Wer übernimmt die Spitze ganz innen, Hello Ella und ganz außen, Kintarelli mit Ginette, mit Sunny Sun, dann Shenzhen an der Hintenseite von Mr. Wonderful, La Montespan. Und dann ist Sancho ganz außen, Sweetie vor Viviane mit Sunny, hier in Ginette führt vor Sweetie, die ist zweite, dritte an der hinten Seite, Hello Ella, viertes fährt ist Kintarelli. Ist die Ziel gerade erreicht, vorne ist Sweetie sofort an der Seite von Ginette, Kintarelli, dann Hello Ella, dann Mr. Wonderful, Sancho hat einen weiten Weg bis nach vorne. Sweetie ist an selbiger Position, jetzt Sweetie führt vor Kintarelli, von Mr. Wonderful an der Außenseite fliegt Sayolita heran. Vorne ist Sweetie mit Kintarelli, mit Mr. Wonderful, Sayolita ganz an der Außenseite und jetzt kommt Shenzhen, hier in durchgeschnitten Sweetie an der Innenseite mit Mr. Wonderful und Seitenlita, Sweetie innen gewinnt, glaube ich, so gerade gegen Mr. Wonderful, gegen Shenzhen, dann war es Sayolita. So meine Lieben, ist jetzt natürlich hier schwierig, wir sehen, es regnet es ja ständig, gerade könnte ich nicht filmen, weil das so gerechnet hat. Wie Evina an der ersten Römerhoffade, und auch Frozen. Richtig viel gespielt, muss noch ein Römerhoffade, Vollkombi, die Nummer 1, Dawn to Dream, dazu gesälzt sich die Nummer 5, Fanzada, der Vodofavorit, und dann noch die 7 Prinze Zelda, das ist noch 2er Wette Vollkombi, dann habe ich noch Festkurswette angespielt, noch die Nummer 11 Weltreise, ein bisschen Außenseite, mit kleinen Geld zum Platz angespielt. Und noch einen Einzelschein, mit Siegplatz, auf die Nummer 7, Prinze Zelda. So, jetzt werden wir ja das 6. Rennen verfolgen, kurz vor dem Hauptrennen, und da werde ich mal ein bisschen in Thüringen filmen, natürlich, und dann auch den Ziereilauf. Die Weltreise ist startklar, und dementsprechend kommt jetzt Frozen heran. Wir nehmen zunächst einmal die Spitze, wo es am N.H. Hotel vorbeigeht, an der Innenseite, Spirit of Dreams, Kasada, Weltreise, und auch June Directive, vor der Saline mit dabei, genauso wie Drawn to Dream, dann Ultima, vor Sweet Diana, an der Innenohren marschiert sie dort an der Spitze weiter. Kasada vor Spirit of Dreams, vor Frozen, innen Weltreise, Ultima, dann Drawn to Dream, Princess Zelda macht Boden gut, Sweet Diana, und von den restlichen drei Ladies kann leider keine Rede mehr sein. Mit Beginn der Zielgeraden geht es weiter, wohin tendieren sie immer noch, ist Kasada vorne vor, innen Frozen. Prinzess Zelda hat spürbar Position verbessert, dann Spirit of Dreams, und dann Ultima, noch marschiert sie weiter, Kasada an der Spitze, Kasada, die Tassestute aus Röttgen, führt vor Ultima, an der Außenseite vor Frozen, vor Prinzess Zelda an der Innenseite. Jetzt muss ich Andrasch klein machen, denn Kasada wird müde, innen kommt Prinzess Zelda und Außenultima, rollt auch noch heran, Kasada ist immer noch vorne vor Prinzess Zelda, an der Innenseite, Außenultima, Kasada mit Prinzess Zelda, innen, Kasada, Prinzess Zelda, Prinzess Zelda, Wahnsinn, Prinzess Zelda gewinnt gegen Kasada, gegen Ultima, Spirit of Dreams, Frozen, dann Drawn to Dream, und dann kommen die ganz, ganz müde Stunden in sieben zu tun. Jawoll, Mann, das Schäpp und ich war jetzt. Sieben, fünf, sieben, fünf, ist mega. Sieben, fünf, ist mega. Wir wissen, haben wir auch noch im Ferrer, das ist die Nummer 18, der Wave für das Stück Fairbo von Canelot, Joseph Gordon, ist hier entsattet. Wie sieht es aus dem Wave-Sauce aus? Ja, das ist die Nummer zwei. Ja, das ist die Nummer zwei. Ja, das ist die Nummer zwei. Die Nummer vier, die drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, vier, fünf, 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 Die 13 für alle Hamburger und Hamburger, Hanna Stacke. Die Nummer 14 ist Hector Crouch. Die Nummer 15, Antonio Borrani. Die Nummer 16, Let's Freedom, mit dritten von Martin Seidel. Die Nummer 17, von Tim Roth, von Gary Befez. Die Nummer 18, Wales, von Josef Volko. Die Nummer 19, Sun Crew, von Gleimir Palloff-Geritten. Und auch hier ist das erste Mal im Deutschen Derby dabei. Die Nummer 20, mit Tore Hammer Hansen. Und jetzt sind also die Jockey-Beregrafung. Und modern war getroffen. Und das Leidungsfoto an das ID.154. Deutsche Derby. Schwer. Ja, hier am Führung. Wir stehen mittlerweile in... Ist ja klar. Schreft. Wer dieses Derby für sich entscheiden wird. Riesenaußenseiter. Okay, jetzt nicht. Aber Box auch richtig. Box 11 geht noch. Der Rennen. Ich hab jetzt hier... Und... ...im festigen Ruhn jetzt hier. Box 16 ist natürlich richtig scheiße. Wer ist da? Na alles. So, das 154. Deutsche Derby startet in wenigen Stunden. Und dann steht auf das wir alle so lange gewartet haben. Das ID.154. Deutsche Derby. Kriegen. Also ich hab die Nummer 3 letztlich... Also ich hab die Nummer 3 letztlich... Also ich hab die Nummer 3 letztlich... Das wird irgendwie nicht mehr viele wie wir sehen... ...Straight Wales. Merkur. Die Nummer 18 Wales. Und jetzt hoffen wir, dass hier einer der Außenseiter reinkommt... Und wir uns hier mit einem fetten Gewinn freuen können. Und dann kann's gleich losgehen. Box den Türen auf zum Ende Rennen. An der 2400 in Linkermarke. Die 20 Kandidaten, die sortieren sich jetzt natürlich. Wer übernimmt, tut zunächst einmal die Spitze. Sirian ist gut auf die Beine gekommen, genauso wie Merkur. Wie Wales, wie an der Außenseite. Dann noch iFight vor Libs. Itlock now. Und dann ask dir an for straight Mr Hollywood. Und nun abgeißen geht es an ihnen vorbei. Am Hamburger Publikum und von der Spitze aus heute. Das Sirian führt von innen, if not now. Dann Merkur mit Beginn der Gegenseite. Das Tempo ist gut, das vorgelegt wird von Sirian. Der hat anderthalb Längen Vorteil, wo iFight vor... ...sucht sich jetzt hier die Favoriten eine Passage zu bilden. Aber die sind weit zurück. Sirian ist immer noch vorne. Sirian, von if not now, vor Pivotal Trigger. Dann iFight vor Libs. Jetzt hat Mr Hollywood innen die Lücke gefunden. Die Dillardoll, Mr Hollywood und ganz außen. Andy Pitoral und Fantastic Bitten. das Bastig Winter aus der Zwecke in den History an die Wand. Das Bastig Winter Doll. Der hat er seul bes栄utig in den Weltraum. Der hat nur ein ans Tag unter den Weltraum. Der hat nur ein meinst Tradeball in der Welt kommen. Wir werden immer Plus, ja Wahnsinn, in einem Niederskoil vor Pivotal Trigger, IFL und Cloud. Und dann der Rest. Wir sind so nach Vegas. Bei Yanji! Naja, ich bin 30 Minuten. Das ist die Sache. Ich bin 30 Minuten. Applaus 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 So, Derbiesieger-Stößchen Ja, naja Und Sie sehen ihn, meine Damen und Herren, der Siegreiter, auch von TestSignal und E-Applaus für Rettung. Wir haben noch nie getrunken, das Zeug. Nur selter, das ist so wenig Schnaps. Das schmeckt wie ein günstiges Blumenwaren. Außer Bonbon für 8 Euro. Wir machen gleiche dumpf, als Möckel, vielleicht stell dir das noch nicht, was das Geset. Sein Moment, es ist so wenigstens, der ich hier mit den Sägen. Das wir an jetzt morgen und dann besten einen Chicken, den ich nicht, ist das Garten. Im Moment. 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 Das wird jetzt ein bisschen schwierig hier, 8es Rennen. Das ist der Ballastik, das ist der Ballastik, auf die Nummer, auf den Flügel, eingereicht, 150 Quote, Siegplatz angespielt, mal sehen, was da kommt. Und für Mouamoua ist das die Nummer 12, Christina, ich glaube, auf Siegplatz angespielt. Das wollen wir sehen, man muss ja mal die Serie reißen, also das läuft halt richtig gut. Ich hoffe, ich glaube, bis zum Einlauf. Die Kandidaten zum ersten Mal an uns vorbeisamen und die Blattregelrecht aus der Box gefallen, findet sich am Ende des Feldes wieder. Dort übernimmt Serienmode mit Tuja in den Welt, die Spitze vor Ray Rainbow, dann Mokoko an der Seite von Plümo vor Erofina Go, im Auenquell-Adress ist vorne vor Serienmode. So, wollen wir mal die Daumen für Modern drücken, das ist der Zwölfer, nicht die Fünf. Ich sag Ihnen auf jeden Fall, das ist höllisch, höllisch, engbar, es ist immer noch keine Auswertung der Zielfotografie da. Vielleicht ist es, ich denke, das war der Filmbefall. Die halten noch ein Auto-Fünf unter Kamera. So, die Spannung steigt im Hapag-Leut-Rennen, BDAG-Auktionsrennen. Es war höllisch, höllisch eng und wenn es höllisch eng war, dann gibt es ein totes Rennen auf dem ersten Platz zwischen Pyrus, der Programm Nummer 5 und der 12 Orofina. Also totes Rennen auf dem ersten Platz zwischen der 5 Pyrus und der 12 Orofina. Dritter dementsprechend die 8 Duke Spirit, 4 die 14 Plümo und 5. die 1 Serienmond. Und wir haben zwei Sieger, also die wir jetzt beide feiern und Thorsten hat einen gleichen. Auf ein neues, wir sind auf die Siegeserie, wollen wir mal reißen. Wir haben jetzt auch wieder alle beide das Gescheine gewonnen. Wen haben wir jetzt gespielt? Siegplatz Gora Verre hat Mamoa und ich habe Wainolo nur auf Platz gespielt. Ich habe jetzt langsam. Wir müssen auch einfach mal die Serie reißen. Jetzt werden wir sehen, dass ich das jetzt mal reingefangen kriege, weil gerade noch am Todes. Alles ist stark, 100 Meter Mark, alle fährlich gut auf die Beine gekommen. Wer übernimmt zunächst einmal die Spitze, wenn es auf die Außenbahn geht? Asterix, Wainolo, dann Woody Wood mit innen Gora Verre. Vorne ist es Wainolo mit Asterix, mit Rosa an der Außenseite. Rosa ganz außen mit Asterix, mit Wainolo, mit Glantus, Whisky an der Hidenseite und dann Albinius. Rosa außen ist vorne, Rosa ist vorne für Asterix. Vorne ist Wainolo, dann schießt hier der Eiersplätze. Rosa außen ist aber vorne und blieb vom Vorteil. Rosa trotz dieses Einverlaufs gegen Asterix, gegen Wainolo, dann... Whisky, Woody Wood, Gondano und Vekasio. 4,3 Mua lief. Die große Frage, wie es mit der Distanz aussieht. So, jetzt ist das letzte und letzte Rennen für uns. Dann machen wir uns auf den Heimweg. Wurz, Wind ist immer noch da. Ich habe jetzt der Vollkombi gespielt. Mit den folgenden Nummern, die 1 Mua lief, die 3 Dangadi und die 4 El Rubio. Hoffentlich gewinnt Dangadi nicht, weil er der Rechnungsfavorit ist. Und dann können wir ja auch was gewinnen. Klar sind sie Favoriten, aber mal gucken, ob es gerade geht. Mua lief vorne, Mua lief vor, außen El Rubio, dann Dangadi. Der dringt nicht durch, ganz außen Willi bald. Vorne marschiert weiter, der marschiert immer weiter, Mua lief. Mua lief vor außen Willi bald, jetzt Attaco auf freier Bahn mit Postman. Mit ganz außen Kitti O'Shea, vorne Startziel geht das. Jetzt werden die Beinchen müde, denn Postman kommt. Mua lief vor Postman, Anrasch will das Blatt noch wenden, aber innen. Mua lief kann zulegen, auch auf der weiten Distanz. Mua lief gewinnt gegen Postman, gegen Attaco Willi bald El Rubio, Primo Violetto. Dann war es Kitti O'Shea, dann erst Dangadi vor Garuva. Dann war es Kitti O'Shea.